Tanzwirdes Audio 6 Blockadee Zeit Der Leben verläuft nicht geradlinig wie eine Autobahn, sondern hat Kurven, Höhen und Tiefen. Vor diesem Hintergrund schaffst du es nicht immer, deine Aufgaben und Ziele konsequent zu verfolgen. Eine tägliche Herausforderung, die es zu meistern gilt. Ich gebe dir einen heißen Tipp. Pass gut auf und hör gut zu. Schaffe dir Zeitfenster. Wer kennt es nicht? Da willst du eine Präsentation für das nächste Meeting, eine Grafik für einen YouTube-Kanal oder einen Roman anfangen zu schreiben. Du nimmst dir fest vor, sofort nach Feierabend zu beginnen. Doch was passiert? Du legst dich hin, willst ein kurzes Nickerchen machen oder dein bester Kumpel klingt nach der Tür und möchte dir in die Kneipe gehen. Doch du verpenst es schon lange nach Mitternacht und denkst dir, verdammt, ich wollte meine Präsentation doch anfangen. Du ärgst dich ungemein. Jetzt verrate ich dir, wie du diesen Teufelskreisen kommst und das machst, was du dir vorgenommen hast. Schau dir deinen persönlichen Zeitfenster an. Such dir ein Zeitfenster aus, an dem du täglich deine Aufgaben erledigst und an deinen Zielen arbeitest. Zum Beispiel 18 bis 20 Uhr jeden Tag vom Montag bis Freitag. In diesem Zeitfenster schaltest du dein Smartphone in den Flugmodus, schließt an sozialen Medien und lässt dich nicht ablenken. Wenn du eine Freundin hast, sagst ihr, dass du eine wichtige Aufgabe zu erledigen hast und danach ihr wieder die volle Aufmerksamkeit schenken wirst. In den zwei Stunden deiner Schaffenszeit fokussierst du dich zu 100% auf die Erstellung deiner Präsentation oder welche Aufgabe du auch immer zu erledigen hast und wirst erstaunt sein, wie weit du kommst. Du arbeitest zielorientiert und wirst die Aufgabe mit Bravour schaffen. Zwei Stunden sind ein gutes Zeitfenster, doch selbstverständlich kannst du deine Schaffenszeit auch kürzer oder länger festlegen. Auf jeden Fall täglich als Zeitfenster nutzen und konsequent bleiben. Und nie ablenken lassen. Belohne dich nach der Schaffenszeit mit einem Spaziergang. Vergnüge dich mit deiner Freundin oder mach, was dir sonst Freude macht. Bleibe gesund, fit und fröhlich. Dein Tanzwirti Andi.